ja leute hallo und herzlich willkommen zurück zu spec ops the line so wir haben beim letzten mal hier aufgehört und jetzt wissen wir natürlich überhaupt nicht was auf uns zukommt schaut euch das an hammer hart hammer hart hier ist ja leute dass diesen abschnitt habe ich schon mal in der demo version gespielt zumindest ein teil davon das wird heftig los jungs kommt rüber hop hop schön abgerollt tja was wird uns hier noch erwarten ok schön vorsichtig ja ja deckung langsam vorarbeiten leute moment wir wollen mal die waffe wechseln hier okay jetzt mal ein bisschen hier das ist ja ja ho oh okay ja 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 nachladen keine moon mehr verdammt keine munition mehr auch eine waffe wo ist sie denn nimm sie doch verdammt ich brauche eine andere waffe ja los komm da geht es nicht runter okay ich wollte nur gucken ich möchte nämlich hier die gegenstände einsammeln ok abseilen leute einfach nur abseilen schnippe reichel hier could be useful scout tactical race gun they're waiting for us cross now we're dead shit we got Ah, verpiss dich! Geht los, verpiss dich! Hilo, verpiss dich! Ja, sie ist eine große Scheiße, nicht wahr? Ja, und ihre Freunde wissen genau wo wir sind. Aber bereit, sie gehen nach uns! Mehr Grunts gehen nach uns! Die Schmerzen sind weg! Sie sind weg! Die Schmerzen! Nachladen. Ich versuche, über die Flanke rauszubrechen. 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 Los. Jetzt aber. Mach hinne. Nicht das Ganze nochmal. Okay. Wechseln wir die Waffe. Ab geht's. Boah, Deckung. Wo ist der? Wo ist er? Oh, das kann doch nicht sein. Die Jungs, die beschützen mich hier einfach nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Muss ich hier denn alles alleine machen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kann doch hier nicht alles alleine lösen. Oh, Leute. Jetzt will ich erst mal... Gucken, haben wir hier noch was anderes? Ne, Sniper Rifle. Nein, was anderes liegt hier nicht mehr rum. Also. Ich muss mich mit dem Dreck zufrieden geben, den ich habe. Oh, das ist das. Du bist eine große B***h, nicht sie? Ja! Und ein Freund zu uns senden. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Sie gehen für uns. Noch mehr Grunts! Geht in unsere Richtung! Der Schmerz ist nassierend! Der Schmerz ist neutralisiert! Der Schmerz! Ich schütze mich! Er ist verletzt! Geh ihn jetzt! Und bleib jetzt! Watch it! Shotgun! Heading our way! Push him back! We got movement! Target neutralized! I need backup! Nachladen! Los! Oh, Leute! Mir geht die Moon aus! Okay! Ich sprinte vor! It's fall! En route! Hatsack holly! Heads up! Heads up! Heads up! Heads up! Yeah! Shit, these guys aren't letting up! Die Tür ist gut. Die Tür ist gut. Die Tür ist gut. Ein weiteres Waffe. Inbounds. Aber... Das ist ein Schuss. Kommt uns. In die Öffnung. Geh die Schuss. Wir müssen die Schuss. Wir müssen die Schuss. Was ist das? So, ich riskiere jetzt nochmal den Absprung. Ja, Gläder gehangen. Verdammt. Mann, Mann, Mann. Aber mit Munition sieht's schlecht aus. Okay, wechseln wir mal. Und gehen weiter vor. Okay, komm. Okay. 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 Let's go. Oh, Mann, Mann! Okay. 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 Schrauben, komm in! Hier I go, watch out! Geht's up! Ange, Weapon! I'm coming! He's done! We're coming in at 12 o'clock! We got movement! Stay sharp! They're coming from all sides! One in the open! Hostile down! Ah! Verdammt, ey! Come out! Come out! Verdammt! Boah, das gibt's doch nicht! Leute, was geht hier ab? Das gibt's doch gar nicht! Hier geht er mich permanent im Mund aus. Das kann ja fast nie glauben. Er ist ein Schwede. Hier kommt Morbo! Morbo! Run her in the move! Please watch your fire! Target down! Reloading! Ich wepp'in' in! Ehh! AHH! Watch it! Shotguner coming in! I see you moving! Ehh! You are a go! Target neutralized! Weapon expert incoming! Repel team coming in at 12 o'clock! Who wants me to want more? You are a warrior! Schau, ich bin mit dem Ich bin mit dem Husten, in den ÖPN Stay sharp, ich komme von allen Seiten Husten, Möbel! Husten! Tango, down! Schockoeder, auf den Feld! We're gettin' chewed up here! And stay down! On the move! Check your aim! We got movement! He's done! Reload it! Watch out, man! Watch out, man! He's exposed! Take him down! Wow! Wow! Hostile! He's down! Holy shit! Did you guys see that Cypher with the knife? Yeah! He was pretty damn hard to miss! Keep an eye out for anyone like... Wow! Okay, let's hurry up then! We need to find danger before the 33rd decides... Wuhu! Wow, Leute! Das ist der Hammer! Und das gegen die eigenen Truppen! Das kann nicht wirklich gut sein! Tja, das war offensichtlich mal! Tja, das war offensichtlich mal! Oh oh! Ohhhh! Ohhhh! Ahhhh! 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 Und wir machen weiter runter. Ja, Leute, es lohnt sich doch wirklich... ähh, sich hier rum zu schauen... Ahhhh! Ah. Uh oh. Let's go. Oh oh. Ouch. Shit! Ah! Oh. ouch what the fuck oh no oh Leute fuck was für ein Abgang Leute, der hat es in sich gehabt, der Absturz der war nicht ohne Adams, Lugo do you read great no signal man out, sweep the area he's down here somewhere fuck it just keeps getting better okay, I need to find a rifle fast get used to that they ain't going nowhere now move on come in take out the fire wow 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 you read me yeah okay okay get your asses down wow on our way get your asses down settle up boys we got contact mother fucker we got another damn man we just let it go let's go go we stayed in front of me hold the fuck we got fire he was falling fast no sir watch my asses down 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 Harvey, Harvey oh fuck damn oh 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 verdammt ich komme überhaupt nie raus ah oh 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 Tja, also Leute. Leider stecke ich mir jetzt erstmal ein Zigarettchen an, weil das war jetzt doch heftig. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Gucken wir da rüber. Hm. Erstmal ein paar Granaten noch wieder aufnehmen. Da hinten müssen wir hin. Meine Fresse. Yes, das ist ne. Aufnehmen. Got stragglers over here. Get up before they call for backup. Target's getting antsy. Hostile down. Okay. Hostiles above us. Fuck, it's an ambush. Lockdown. Heading out. Watch it. Shotgun. They're heading our way. Keep moving. Goddammit, check your fire. One down. Down and out. Ich möchte mich hier noch ganz kurz umschauen. Kupfer me while I get this door open. No problem. Track! Move in! Go, go, go! I can help, boss! Just give me a target! Eyes on that cargo box! Run in low! Gotta reload! Target neutral! We gotta move it! Don't let him get too close! He's coming out of cover! Target down! My energy! Two RPGs! Up high! Wow! Verdammt! Who here? Clear! 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 Man, man kann mit der Möhre überhaupt nie reduzieren. Ja. Door's open! Let's move! We're good to move, Walker! Come on! What is that smell? Bah! Puh! Abwässerkanäle, Leute! Boah! Lauter Leichen! Das ist kein Spaß mehr, Leute! Bah! Die 33. Die 33. haben das zu ihrem eigenen Mann gemacht. Sie haben sich aufgewandert. Du warst richtig, Walker. Ich wünschte sicher, dass ich es nicht gewesen wäre. Boah! Schaut euch das an, ey! Das ist auf keinen Fall mehr lustig, Leute! Get ready! They'll be waiting! Boah! Also das hier kenne ich jetzt auch nicht mehr. Top of the stairs! I see it! Verdammt! ein bisschen was. Was ist das? Wenn du hier bist, dann bist du lange nicht. Wow! Oh! Wenn du hier bist, dann bist du im Leben lange nicht. Oh! 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 Identifikate dich. Ich? Wer bist du denn? Kapitän, mach dich dich. Na jetzt, Kapitän. Diese kleine Schraub war für eine Box nennen Gold. Aber du bist nicht Gold. In Wahrheit, ich weiß nicht, wer du bist. Niemand macht. Und das ist gefährlich. Gefährlich für wen? Jeder. Ich meine, komm mal. Du glaubst nicht, dass wir hier einfach rausgebracht haben, hast du? Ja, wir haben. Wir suchen die Survivoren. Na ja, du hast etwas gefunden. Das ist eine Schraub, nicht wahr? Geh in, Leute! Oh. Captain Walker! Was zur Hölle? Auf da! Es ist Ghoul! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Geh raus! Aswan! Ich will raus! Ich will, wie ich gesagt habe. Ich muss, wie ich gesagt habe. Ist das klar? Das stimmt. Wie bist du? Ich bin Agent Ghoul, CIA. Du bist Kapitän Walker, Delta Force. Ich weiß nicht, wer wir sind. Ich weiß nicht, wer wir sind. Ich weiß, viele Dinge, Kapitän. Aber jetzt ist nicht die Zeit, zu sprechen. Ich bin, wir sind nicht die Zeit, zu lassen. Ich bin. Ich bin hinterher. Ich bin bis dich. Ich bin ein- Ich bin in die Hand. Ich bin ein- Ich bin in die Hand. Ich bin hier. Ich bin hier, oder? Ich bin hier! Ich bin hier. Ich bin hier. Mir geht langsam die Munition aus hier. Ah. Nachladen, Mann Leute. Nachladen, Mann Leute. Schutgun Maja in der Güter Oh, meine Güte, da bleibt me echt hier. Da bleibt me echt die Spucke weg hier. Oh, was für ein krankes Hirn. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, mein Gott. Oh, Leute. Was für ein Haufen Scheiße. Wo sind wir hier reingeraten? Wir schießen auf die eigenen Kollegen. Werden vom Hubschrauber gejagt. Wie sieht es, Lugo? Er kann gehen, aber es wird schmerzen. Du willst Morphe? Nein. Ich werde meine Hände clear. Okay. Und noch ein bisschen. Ich bin fast hier. Was denkst du, Walker? Ich denke, wir landen in der Mitte einer fucking Wurzonen. Es ist beeindruckt, sehen wir, wie die Stadt es nicht inhalte ist. Ja, genau. Es ist Zeit, wir rauskommen. Wir haben die Evac-Team. Wir haben acht Kilometer von Öffn in der Mitte zwischen uns und der Wurzeln. Die Heli werden uns unterbauen, bevor wir zehn Schritte haben. Die Option jetzt ist die Reconnecte mit Morphe. Du bist sicher, dass du mit der CIA rauskriegst mit der CIA? Wir haben keine Wahl. Wir haben gesehen, was auf den 33. Der Kapitän ist richtig. Die Dammler sind aus Kontrollen. Werden muss uns aufhören. Ich weiß, dass wir ihn nicht vertrauen können. Woobriss ist ein Leben für uns zu retten. Er hat mir vertraut. Mein Gott. Das ist nicht nur mit Konrad zu finden, sondern mit dem was richtig ist. Jetzt, Adams. Wir werden ehrlich sein, was du sagen. Kapitän Walker, wenn du mich verletzt hast, komm her. Copy das. Ich bin froh, dass du da hinten verletzt hast. Wir haben eine sehr gute Ausgabe, aber wir leben. Gut, denn wir brauchen all die Hilfe, die wir können. Was passiert hier, Agent? Insanity, Kapitän. Die CIA hat uns in geschaut, zu suchen. Insofern, wir haben Dubai gefunden, die sich entfernt. Keine Ahnung von Konrad und all das? Nein, nichts, was ich gesehen habe. Ich habe gehört, dass er noch immer wieder ist. Aber wenn das stimmt, dann ist er in einem Ort. Verdammt! Incoming Halo! Schau! Lugo, hol ihn zurück auf die Radio. Ich kann nicht. Das Signal ist tot. Heads up! Okay, Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand's grausig, gruselig, aber auch interessant. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, euer Dirty.